Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check und hallo Thomas. Grüß Sie, Michael. Gestern haben wir zumindest die 11.400 Punkte zum Handelsende zurückerobert. Am Anfang hat er sich noch ein bisschen schwer getan, dann ging es aber über diese Marke und damit sind wir auch über diese Marke aus dem Handel. Jetzt ist zum startenden Handel der neuen Handelstag recht wenig los, wir sehen es schon. Er ist leicht im Plus gestartet, jetzt ist er wieder Plus Minus Null, immerhin noch über 11.400. Was sind denn die Themen, die jetzt am heutigen Tage gespielt werden? Ja, das sind die Einzelthemen. Wirecard, Bayer sind die Punkte, die da gestern vor allem für Bewegung gesorgt haben. Wirecard war ja plus 26 Prozent, das waren ungefähr 33, 34 Indexpunkte im DAX und damit eben die Unterstützung über die 11.400 Punkte Marke. Heute gibt es relativ wenig, Nachrichten und deswegen ist auch die Bewegung relativ flau. Gut, dann schauen wir uns gleich die Charttechnik und die Charts dazu an, wenn es fundamental wenig Neues gibt, aber auch gerade gibt es ja nicht so viel Neues. Genau, also hier diese 11.370, da sind wir jetzt wieder drüber, das ist schon mal positiv. Wichtig wäre natürlich, und das hatte ich ja gestern schon gesagt, dass wir in diesen kurzfristigen Aufwärtsrind wieder eintreten, der steigt relativ steil. Hier im normalen Chart sieht man es nicht so, diese Linie steigt um etwa 20 Punkte am Tag. Wir liegen jetzt bei 11.567, also 1 Prozent etwa fehlt, um in diesen Trendkanal wieder einzutreten und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir eben die 200-Tage-Linie wieder in Angriff nehmen, die bei 11.750 etwa verläuft. Und ja, da müssen wir drüber, um eben mittelfristig neues Kurspotenzial zu schaffen und dann vielleicht auch mal wieder über Sachen wie 12.6 zu reden. Es ist Mittwoch, das heißt der Redaktionsschluss für die neue Ausgabe vom Aktionär rückt näher. Wirdet ihr ein neues Produkt empfehlen? Ja, wir werden ein neues Produkt empfehlen. Wahrscheinlich gehen wir eher in den Bereich Stop-Buy-Limit. Das heißt, wenn wir eine gewisse Marke überwinden, dass wir dann ein neues Long-Produkt eben ins Visier nehmen. Aber bis zur Ausgabenfertigstellung vergehen noch ein paar Stunden und von daher kann sich da auch noch was hindern. Heute Abend ab 22 Uhr gibt es das Ganze als E-Paper. Dann steht es fest, zumindest spätestens dann. Hier sind wir noch im DAX, hat sich nichts getan. Ganz leichte Minus. Danke für heute, Thomas. Gerne. Danke auch Ihnen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.